Aufwachen heißt nicht anzuerkennen, es ist so wie es ist, sondern vielmehr sich nicht dagegen mehr zu wehren, dass die einzige Möglichkeit, die Ewigkeitsfortsetzungskette im ständigen Wechselabtausch nicht anders konnte, als ich solche Substanzen, solche Vorgänge und solche Apparaturen bedienen musste, bedienen muss, um das zu bewerkstelligen. Es konnte nicht anders als so, wie es nun mal jetzt ist.